Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Jetzt gucken wir erst einmal auf die Karte. Ähm, so. Mein Controller leuchtet zwar gerade nicht, aber er funktioniert trotzdem. Ich habe mich gerade kurz gewundert. Aber er geht trotzdem. Ich muss mal wieder unter den Tisch gehen, sonst hört man das. Alles, der passiert trotzdem, aber... Egal. So, jetzt gehen wir uns da hinten erstmal das Teil da holen. Äh, ich muss mich mal für die letzten drei Folgen entschuldigen, da ich da keine Stimme hatte, weil ein gewisser Herr nach der Aufnahme aus Versehen die Tonspur gelöscht hat. Ich hab, äh, saßen länger dran, hab's versucht zu retten, hab's nicht geschafft. Äh, also ich hätte sie theoretisch nicht gelöscht, aber aus irgendeinem Grund... Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance-Rutrayers Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft doch Jonah da drüben. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takellage dahinten. Ich seh mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Okay, was ich sagen wollte, dass ich habe, ich saß mehrere Stunden dran und habe versucht, die Tonspur zu retten mehrere Stunden. Ich habe es nicht geschafft, weil ich halt, ich hätte es richtig exportiert, aber aus irgendeinem Grund hat er nur den Anfang zwei Minuten lang exportiert und der Rest war danach einfach weg. Das war so mein Problem. Jetzt erkunden wir, würde ich sagen, mal das Grab hier. Das wollte ich ja machen. Daran erinnere ich mich noch. Also auf jeden Fall, Tonspur, habe ich versucht zu retten, ging nicht. Ich hoffe, hier wird es jetzt besser. Ich nehme es gerade mal mit, äh, Traps aufnehmen, mit DxTory. In den Videos lag es trotzdem noch. Ich habe gehofft, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber ist leider trotzdem noch so. Ne, ich hole mir kurz hier oben das Zeug, zwei von drei Teile Gewehr gefunden. So, und wir erkunden jetzt mal das Grab. Ich weiß sogar schon was, wenn ich ehrlich bin. Okay, hilft nicht. Ähm, Karte aktualisiert. Oh, gut, warte, dann können wir das mal kurz gucken. Ach, guck mal, dann holen wir uns den mal ganz kurz auf der Suche nach da. Nach diesem komischen Zeug. Ach. Okay, ich habe es auch schon gesehen. Glaube ich. Wie kriegt das denn jetzt da hin? So schon mal nicht. Was mag denn das sein? Ähm, ja, also... Ich wollte das mit dem Kabel hier verändern. So. Ich weiß nicht genau, wie ich das benutzen soll. Vielleicht ist es auch nicht die Lösung. Das kann natürlich sein. Was liegt dort? Ein Krebs. Und er lebt sogar noch. Nein, ich war das nicht. Ich wollte... Kann ich den... Ich wollte das nochmal ausprobieren, ob das geht. Süß. So. Ähm. Schauen wir mal kurz hier oben. Äh. Ich wollte eigentlich X drücken, aber gut, B tut es wahrscheinlich auch. Errungenschaft freigeschaltet Krabbenkrieg. Gut, hat mir was gebracht. Ich habe eine Krabbenkrieg-Errungenschaft bekommen. Haben wir hier noch irgendwas auf der Karte gerade? Hier ist noch ein geheimes Grab. Und hier hinten wohl noch eins. Da ist wohl dann wohl noch eins. Wie ist das alles dieses Lager hier? Boah. Alter. Das ist ja ein bisschen viel, ne? Gehen wir mal kurz hier zu dem da gucken. Vielleicht kommen wir da ja einfach rein. Das kann sein. Muss ja nicht sein. Aber vielleicht habe ich nämlich auch von das andere Teil noch gar nicht starke Waffen. Äh, keine Waffen, die stark genug dafür sind. Wo kann ich das jetzt dran festmachen? Wo muss ich nach da oben? Okay. Ich überlege halt, wie ich das machen wollte. Ich habe doch keine Ahnung. Ach ja. Da fängt meine Nase dann zu jungen. Boah. Sorry. Ich muss gleich niesen. So. Nehmen wir einfach kurz die Pfeile hier weg. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das hier dann festmachen soll. Ich muss nochmal niesen. Alter. Was geht denn jetzt gerade ab, ey? Äh, ich mache schon gleich mal nochmal, ne? Mache ich erstmal hier, äh, 20 Minuten nochmal und dann... höre ich nochmal kurz auf. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll, um da hinzukommen. Da ist doch ein Seil. Da ist doch ein Seil. Wie blind bin ich eigentlich? Wie blind bin ich? Mal ganz im Ernst. Das Seil sieht man noch 10 Kilometer weit. Auch wenn man, glaube ich, gerade gar nicht hochkommt. Ich glaube, da kann ich gar nicht ranklettern an das Seil. Gut. Versuch, war es wert. Äh, kann ich vielleicht irgendwo ranzchwimmen? Oder so? Ich weiß es nicht. Ah, ne. Guck mal, hier ist eine unsichtbare Mauer. Okay, vielleicht soll ich da auch noch gar nicht hin. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich dafür auch ein Seedment. Mal kurz gucken. Wow. Wurde ja einmal durch den Boden gerammt. Haben wir irgendwas auf dieser Karte? Irgendwas? Ja, guck mal, hier haben wir doch immer noch was. Da kann ich doch mal mitnehmen, oder? Oder etwa nicht. Doch, ne? Ich frage mich, was das hier ist. So, zack. 4 von 15. Jetzt noch wieder irgendwas freigeschaltet? Ne, ich muss hier mal dringend diese Karte finden. Die ist da unten drin irgendwo. Genau, dafür müssen wir nämlich nach... Jetzt habe ich eine Idee, ob ich das... Geht das vielleicht? Oh, okay. Nööö. Geht nicht. Ich frage mich aber, was ich brauche da, um das da jetzt hier, äh, wegzukriegen alles. Geht das schon mal nicht? vielleicht jetzt nochmal mit dem bogen das kann ich noch nicht ach da dreht jeder noch fehlende ausrüstung gut wenn man nicht lesen kann dann ist das so haben auch nichts freigeschalt hier muss aber irgendwo noch was liegen aber ganz ehrlich dann muss ich wohl erst mal mit der Mission weitermachen gut ich hatte gerade der ersten Wolf äh gucken wir mal kurz ins Lager auf irgendwas haben nein okay dann gehen wir erstmal mit der Mission fort fortfahren weil wir sonst erstmal nix machen können so die können wir auch nicht machen das sind unzerstörbare Kisten und ich flippe gleich aus wegen meiner Nase aber sonst geht's mir gut wohin sollte jetzt noch da hinten ne na gut dann machen wir das mal hinlaufen boah ja so langsam geht immer eine Nase echt richtig auf den Sack in Aufnahmen ist auch immer nur ein Aufnahmen so ist das nie ist nur jetzt gerade meistens auch nur bei Tomb Raider ich weiß nicht woran es liegt so kann ich nie kaputt machen nö ah wir sitzen hier festbruder was zum Teufel machen wir jetzt Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, wie hälst du das für eine Klappe? So. Mann. So. Der ist damit weg. Einmal umsehen. Dann nimmt uns einmal hier ein paar Sachen mit. Und dann, ja. Weiter nach da hinten. Okay, gerade leckt es wieder, sorry. Kann ich leider nicht ändern. Wie andauernd schon gesagt. So, Karte aktualisiert. Einmal kurz drauf gucken. Den holen wir dann gleich. Den da, den. Zack. Hä? Ah. Ups. So. So. Und einmal kurz was angucken. Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Okay, dann wissen wir das auch. Eine? Da sind noch ein paar mehr. Okay. 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 Mann. Mann. Scheiße. Mann. Alter. Ich kann einfach nicht zielen. Aber wie scheiße bin ich eigentlich? So. So. Kriegen wir übrigens ein bisschen was zurück noch. Einmal Karte gucken, ob sie sich aktualisiert hat. Nein. Wir sollen jetzt wieder zum Dings. Warum hat sie sich jetzt nicht festgehalten, obwohl da schon A stand, zum Festhalten? Das verstehe ich jetzt nicht. Da habe ich wirklich jetzt gerade keine Ahnung von. So. Nur mal so was neu hier. Kommen wir hier hoch? Weil da oben war was drauf. Okay, nein, kommen wir nicht. So. Nochmal Karte da oben hin. Okay. Ist hier irgendwas drinne? Nein. Na gut. Gut. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Joda! Hilfe! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hörle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey! Noch ein Wort. Und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren. Okay? Ich seh nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich hab ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Und dann würde ich sagen, wir haben einen neuen Bogen gekriegt. Das ist ja wohl der Hammer. Den gucken wir uns jetzt dann noch an. Eigentlich wollte ich das Video gleich einen Schnitt machen, aber... Nein, da müssen wir sofort mal nachgucken. Wo haben wir denn noch kein Upgrade? Jetzt hier. 350. Okay. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Dann gehen wir nochmal kurz hier. Wer kann der jetzt nämlich bestimmt? Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Kleppen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Okay. Ähm, dann können wir jetzt nochmal ganz kurz... Das mach ich nicht zur Folge. Einmal, das gönne ich mir gerade mal. Jetzt haben wir nicht mal 20 Minuten, aber gut. Ja, hier ist noch das geheime Grab. Hä? Okay, muss ich dann vielleicht den da erstmal? Ah. Minensack stört ein von 10. Ah, gut, dafür ist es also gedacht, der neue Bogen. Gut, okay. Alles klar. Wahrscheinlich kommt der jetzt auch weiter und sowas. Also kommen wir aber da leider noch nicht durch. Da, wo ich gerne rein würde, ins Grab. Will mir sicher auch gerade keine Miene mehr, aber ich weiß, hier war noch eine. Ich weiß, dass da ist sie. Als wenn. So. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich mach hier mal kurz einen Schnitt. Und würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Bis dahin, ciao. Wow. Wow. Vielen Dank.